So da draußen, jetzt bin ich wieder da. Ich habe bei meinen zehn Spielen mit dem Ton ein bisschen was verkackt auf Niteitsch. Ich spiele jetzt mal wieder die Orange. Leute, ich habe zehn Spiele gespielt. Die Rosie, den Major Mies, ich habe sogar den Schnapper, den mir verhassten Schnapper gespielt und war eigentlich gar nicht so schlecht und habe das Ganze kommentiert. Und war echt voll witzig. Ich habe ja teilweise total kaputt gelacht bei den Spielen und den Ton sowas von vereiert. Aber deswegen machen wir auf Niteitsch. Ihr seht es schon vom Level her. Ich habe den echt gespielt. Ich spiele mal den Major Mies. Juhu und rein ins Spiel und die Farben wieder so. In lila. So, super hast du das gemacht. Und hinein ins Spiel. Aber bis jetzt rührt sich da noch nicht viel. Zwei, zwei. Aber da oben ist schon einer. Also hinauf mit so einem... Den habe ich irgendwie ein bisschen. Habe ich den, gell? Eine Vorlage, naja. War jetzt eigentlich auch nicht so gut, aber... Ich meine, das ärgert mich so dermaßen, halt. Ich sage es euch. Aber was soll wir machen? Das ist so im Leben. Das kann man nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Tonspur ein bisschen was ändern müssen. Weil ich habe das gesehen bei meinen YouTube-Aufnahmen. Entweder ich war zu leise, aber ich bin eigentlich kein... Oh, ja. Oh, immer noch. Immer noch Vorlage. Oh, das geht ja schon gut los. Ja, ich habe irgendwas ändern müssen. Und von dem her, das nutzt ja nichts. Dann können wir mal den Hupen reinleuchten. Oh, nee. Den habe ich nicht reinballern müssen. Aber da kann jetzt einmal, gell? Nein, 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 nein. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Aber irgendwie geht das nicht, wo ich das will. Ja, auf jeden Fall ärgert mich das. Aber mein Gott. Die Welt dreht sich deswegen weiter. Und da kann man nichts machen. Oh, das ist halt ein... Der ist schon, glaube ich, hier. 14,4. Was ist denn das schon wieder für ein... Oh, nee, 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 nee. Habe ich nichts machen können? Habe ich da was machen können? Hupfen wir davon, gehen wir weg. Und da kommt der Nächste. Oh, jetzt geht er, dem Hamster. Weil früher immer gesagt wird, Katz. Ganz kurzes Grrr. Aber 17,7. Ich mag mich gar nicht anschauen, schau hin. Null Abschüsse, ich... Na gut, dann gehen wir mal den... Vorlage... Schon wieder wunderschön. Da oben wir werden sie draufschmeißen. Warte, wo schierst du hin? Da ist doch jemand, oder? Da ist doch jemand, hat er gesagt. Nein. Ah, da unten ist er. Okay. Nein, jetzt. Ich stell mich schon an. Ah, da ist er nie. Ja, da ist er. Oh Mann, oh. Na gut, auf ein neues. Nutzt dir nichts, hat er gesagt. Ähm... Scheiß dir nichts, dann fehlt dir nichts. Darf mir jetzt gar nicht so sagen. Entschuldigung. Ich probier's wieder. Aber es gibt so Spiele. Irgendwie. Jetzt kommt da der Holz da. Ui, hab ich nicht gedacht. So hätte ich das mir eigentlich wollen. Jetzt tue ich mir ein bisschen Versteckerlis. Damit ich mir ein bisschen regenerieren kann. Aber da ist halt gleich der Nächste. Ich meinst du, krieg's, krieg's. Juhu, hab ich gekrackt. Juhu, der Schnapper, wunderschön. Der kehrt zu mir. Oh nee, der kehrt nicht zu mir. Der Schnapper, dankeschön. Hat er mir das Leben gerettet. Muss ich dazu sagen. Wunderbar hat der Schnapper das der Herr schnapperisch gemacht, gell? Ähm, 32. Oh nee. Der Herr Wicht. Der Herr Wicht, so geht das nicht. Da werden wir jetzt wieder rein marschieren. Ich hab gemeint, das wäre so ein Blädelspiel mit 50, 19 oder so. Wird's nicht, Gott sei Dank. Dann tun wir mal da oben ein bisschen Mais rauf. Ich wollte mal Pflanzen da, sehr gut. Dann tun wir mal so ein bisschen ein... Juhu, genau so hab ich mir das vorgestellt. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Da sagt euch gleich das Licht. Genauso wollte ich das mit dem Überschlag Salto. Aber... Hä, Schnapper? Wollst du den nicht retten? Das ist Timsick. Meinst du, dass wir so gut sind, dass man da gar nicht wiederbeleben muss, oder? Äh, ah, da oben. Jetzt aber schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Die haben wir eh gesehen, der Wicht auch, oder? Ja, genau, das wird ein Z... Zech, Zech, Mech... Seht ihr, dass ihr den voll oben drinst? Also, der voll rot und irgendwie... Macht da da eigentlich fast nix. Ja, genau, jetzt hat er nix hängen. Aber das bringt gar nix da drin, gell? Ja, ich wollte so einen Überschlag machen in einem geschlossenen Raum. Stellt euch vor, mit einer Deckenhöhe von, weiß ich nicht, sagen wir mal geschätzten 2,41 Meter, ist es mit diesem Gerät nicht möglich. Also, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch was. Wir schauen natürlich das Ganze mal an. 50, 38, naja, hat er gesagt. Kann man mal. Und ich werde bestimmt nicht dabei sein. Schaut euch die Leute mal an. Der Olster hat ja einen coolen Mund. Und, ja, drittletzter. Was willst du da erwarten? Da kannst du nix erwarten. 4,4. Ja. Positiv wäre gut. Eins ist neutral, sag ich jetzt mal. Also, pführt euch, Leute, pführt euch. Ich wünsche euch was, gell? Servus. 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 Servus.